hallöchen und willkommen zurück bei transport fever so wir müssen noch ein paar kohle waggons oder kohlekisten zu nikola tesla liefern das dürfte aber bald geschafft sein 50 sind also die hälfte haben wir erledigt und ja dann müssen wir jetzt eigentlich bloß noch die zeit abwarten und dann ist das hoffentlich fast geschafft also viel dürfte da gar nicht mehr kommen vielleicht noch eine sache hinterher passt schon ein neues fahrzeug ist verfügbar dampflast wagen da kommen gerade die ganzen kutschen wieder an und holen die kohle ab und schaffen die schon wieder zurück wunderbar dampflast wagen das kann ja denn da kann 6 ich kaufe mal noch ein gott welche linie war das 98 liegen ja 8 genau ist nämlich heute neue aufnahmenrunde das müsste dann fast reichen also vielleicht dann noch ein zwei waggons also ein zwei lkws hätte man das schon als doch ja doch könnte man doch schon als lkw bezeichnen last kraft wagen oder last kraft kutsche also lkk zeit lässt sich wie immer ganz schnell ablaufen in dem fall sonst dauert das einfach ein bisschen zu lange wir haben aber viele straßenfahrzeuge ok und naja zug 2 zug 3 die machen nicht mehr viel geld ja wir müssen mal gucken ob wir mit dem geld noch über die runden kommen wir könnten noch hier einen kredit von anderthalb millionen aufnehmen ich hoffe ja dass wir den gar nicht mehr brauchen so tesla wohnt nun natürlich ausgerechnet hier hinten dort hat er sein büro seine werkstatt sein labor ja die kommen dann hoffentlich bald hier an hier wird wieder was neues gebaut ein wohnhaus wo ist denn 1000 bevölkerung in pittsburg guck mal das hat ganz schön zugenommen das waren gerade mal 600 als wir hier angefangen haben das gelbe sind die arbeitsplätze schade dass man die fenster nicht ein bisschen größer machen kann aber ich denke man sieht das so da kommen sie langsam die kohle zulieferer hier oben 1 2 3 4 5 6 7 8 noch 2 10 also sie müssten wenn die hier hinten noch mal durch sind dann dürfte es reichen das war jetzt auch ein sechser dabei aber das gleicht das nicht aus dass die anderen bloß fünf bringen oder vier sogar bloß nicht so 55 2 60.000 haben wir noch rungen wagen es ist dann ein rungen wagen wo war denn das eisenbahndepot das hat man da oben gebaut hier ein rungen wagen das sind eigentlich trieb wagen das sind gleichzeitig lock und und passagier zusammen oder so ne also nicht wie hier extra lock extra wagen wählen sondern alles in einem glaube ich warnung straßenfahrzeug 1 hat die lebensdauer erreicht und sollte ersetzt werden nicht genau eine rungen wagen ach guck mal gibt es sogar zwei die ganz neuen ganz alten das sind die neueren 120 höchstgeschwindigkeit die ladegeschwindigkeit ist auch doppelt so hoch so 85 kohle sind mittlerweile angekommen ja dauert wieder ok das geld scheint so zu bleiben bei knapp 300.000 ich hoffe auch das bleibt so und sinkt nicht noch mal unter null wobei das eine ganz knappe kiste wird aber wie gesagt wir hätten zur not hätten wir noch den einen kredit so fahren wir noch ein bisschen bei der bahn hier mit 30 kommen da jetzt an 150.000 ist eigentlich ganz schön gemacht wenn man hier so 1850 anfängt und so wie diese ganz ganz einfachen bahnen hat und sieht wie sich das dann so nach und nach entwickelt bis jetzt ich habe es bis heute noch nicht ins heutige jahr geschafft ich hatte mal mit dem einen spielstand im jahr 1900 direkt angefangen hat man auch ein bisschen mehr geld als wenn man 1850 anfängt 1850 3 millionen und im jahr 1900 dann direkt 9 millionen weil auch alles viel teurer ist also im verhältnis nimmt sich fast nichts auch hier nochmal kohle kommt an 90 sind schon angekommen wunderbar zehn mal bloß noch und dann haben wir das gepackt geld ist noch da ein bisschen jedenfalls muss man sehr viel geduld haben wenn man im jahr 1800 anfängt 95 super einer noch denn das dauert wirklich schon eine ganze weile bis ein bisschen geld bei rumkommt super wunderbar noch mal 23 leute aufgeladen so ein lkw muss bloß noch ankommen mit kohle ich hatte vorhin mal ich hatte es ja gezeigt dass es hier diese logos gibt ihr könnt ihr auch selber machen das läuft leider nicht über so eine normale png datei wie ich dachte weil ich der meinung bin das sind bloß 2d bilder das läuft über also ganz komisches format auf windows 10 gibt es direkt das programm dazu womit man auch die logos öffnen kann und auch selber mit dem programm welche erstellen kann aus bildern heraus oder aus irgendeiner anderen datei klappt das sogar ganz gut das problem ist bloß wenn ich jetzt hier neu dazu genommen hätte dann würden die ganzen belohnung nicht mehr funktionieren für die kampagne brauchen wir die auch nicht ich probiere das dann mal bei einem freien spiel so zukommt wieder an oh wir sind in den miesen jetzt hatten wir gerade ein bisschen mehr jetzt haben gerade wieder direkt eine abrechnung dazu so wie viel fahren mit 23 das pendelt sich so ein straßenfahrzeug 3 hat die lebensdauer erreicht schon das letzte bisschen kohle wird doch da gleich ankommen speicher direkt nochmal hier kurz vorher da ist das nächste hier straßenfahrzeug 13 muss da ankommen jetzt haben wir minus 243.000 ich nehme jetzt trotzdem mal den kredit auf damit wir da wenigstens im grünen bereich sind aber ich vermute fast dass es das jetzt dann war mit dem bisschen kohle was jetzt noch hierher geschafft wird und danach vielleicht noch eine kleine aufgabe und dann haben wir hoffentlich das zweite level gepackt guter bedarf werkzeuge brot und was das waren also allgemeine art ist eine kiste aus wie so ein lego stein okay waren so und da kommt schon da kommt der letzte kw da ist so fahren wir bei dem nochmal mit so wunderbar die bevölkerung pittsburgs scheint endlich von der idee des wechselstroms überzeugt zu sein und es gibt noch mehr gute neuigkeiten an den niagara fällen soll bald ein wasserkraftwerk strom produzieren und die betriebsgesellschaft ist auf der suche nach jenem mann der dieses kraftwerk zu bauen vermag das kann nur einer sein wenn es george westinghaus gelingt seinen absatz noch ein klein wenig zu steigern wird er den zuschlag erhalten und damit endgültig den sieg im stromkrieg davontragen während wir die beteiligungen an seinem unternehmen davontragen die einiges an wert gewonnen haben wir müssen werkzeuge nach pittsburg schaffen oh verdammt also eine bahnlinie dorthin hätten wir ja schon jetzt müssten wir das bloß mal noch anders anschließen hier irgendwie oh gott ich weiß ich hätte hier von den bahnhof mitnehmen können mache ich aber mit absicht nicht so das würde ja schon reichen das problem ist bloß wir bräuchten hier oben noch einen güterbahnhof irgendwo äh shit ey der kostet auch nochmal dann nehmen wir aber gleich nach einem anderen zug 100 maschinen alter ich finde das echt schwer muss ich gestehen also geldtechnisch ich weiß gar nicht wie man hier sonst so auf dem grünen zweig kommt naja jetzt brauche ich ja noch einen güterbahnhof ich werde bekloppt gott wo soll ich den denn noch hin bauen hier würde es gehen zu teuer ich glaube das packen wir sowieso nicht weil wir eh kein geld mehr großartig haben probiere es jetzt einfach mal das kostet alles so viel doch wisst du was wo ist ein zug eins pass mal auf damit wir jetzt keinen neuen zug kaufen müssen nehmen wir einfach zug eins der fährt dann ach shit der hat die falschen Waggons drauf so dann müssten wir jetzt mal überlegen wie wir das machen ach gott oh gott so linie 10 ist das auf jeden fall brauche ich hier nochmal signale so 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 das ist echt mies also ich wüsste nicht wie ich das ohne die kredite überhaupt hinbekommen hätte wir haben jetzt hier natürlich eine ganze menge fahrzeuge die wir überhaupt nicht mehr brauchen können wir alle mal zurück ins depot schicken alle die von linie 8 so so oh gott da kann ich die verkaufen dann kosten die mir erstmal nichts so dann schauen wir nochmal hier wird stahl hin und her geliefert da fahren leute mit das ist ok was ist das eisenerz theoretisch hätten die noch genug da um wieder was zu produzieren habt ihr noch genug kohle oh auf jeden fall boah pass mal auf dann nehmen wir mal den den kohlezug der fährt mal schön ins depot ok wir probieren was steht denn der jetzt rum da oben oder was 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 wo ist der zug 3 ach nee jetzt haben ach kommt echt jetzt fuck fahr du auch mal zurück ins depot ich hab hier einfach hier fehlt ein signal wie doof so dann fährt zug 3 nämlich gleich statt kohle das zeug da hoch ich hoffe die waggons die gehen dafür der kann gleich wieder auf seine eisenerz linie linie das linie war das linie 4 ja ach nee ich brauch dafür andere waggons das ist doch nicht euer ernst leute shit ok was kostet so ein waggon ich ahne böses werkzeuge 200.000 ich kann nicht mehr als 2 kaufen mist eine 10 das ist die neue ich hole alles aber das ist doch gar nicht mehr weg ja das ist ein nur neuer das ist ein mehr das ist es nicht mehr von schädlich Watteding bräuchte ich hier auch noch, falls er das nicht eh automatisch macht. Ich sehe nichts, altes Ferkel. Also ich muss echt sagen, das ist genau wie die zweite Europa Mission, die ich absolut nicht geschafft habe. Da waren wir auch kurz davor, da hatte ich mich auch total verbaut, da hatte ich mal etliche Millionen für den Tunnel sinnloser Weise ausgegeben. Ich muss schon sagen, also nicht ohne. Habe ich jetzt hier oben eigentlich den richtigen Bahn? Fuck! Mann! Oh, ich hasse mich selbst. Kostet auch noch Geld. Das hat natürlich den verkehrten Bahnhof direkt drin gehabt. So, der neue baut sich direkt da dran und die Linie bleibt auch erhalten. Wie dumm. Das Problem ist, ich habe wirklich kein Geld, um da jetzt noch mal... Och, nö! Ey, komm! Der steht jetzt hier wieder auf Vieh, obwohl automatisch angegeben war. Na gut, vielleicht schaffen die jetzt hier die Werkzeuge hin. Das kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal dasselbe. Ach Quatsch, Maschinen. Keine Werkzeuge. So, los jetzt hier. Go, 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 go! Ende Gelände! Es hilft kein Bitten! Ich weiß, ich habe keine Kohle mehr. Halt die Klappe! Ich weiß! Jetzt müssen wir selber zurechtkommen. Gott! So, warte mal, die ganzen... Schöne neues Fahrzeug verfügbar. Klondike. So, die dürften doch jetzt hier eigentlich... Wo bleiben die denn? Ich habe die doch alle zurück ins Depot geschickt. Achso, die fahren noch. Okay. Ende 4, Zug 2 macht mit dem Eisen gerade nicht so viel gut. Die Maschinen sowieso nicht. Zug 4 jetzt auch nicht so pralle. Okay, wird vielleicht gleich wieder ein bisschen besser, wenn dann hier die Maschinen hergeliefert werden. Das war natürlich dumm mit dem Bahnhof, der durch das das Spiel neu gestattet wurde, durch die neue Aufnahmerunde, hatte der noch nicht wieder die Güterdinge hier in der Schnellleiste. Bang! Wie doof! Ich würde hier am liebsten halt noch ein zweites Gleis daneben bauen, damit ich da gar nicht so in Schwulitäten komme, weil jetzt der eine Zug immer auf den anderen warten muss. Oh, ich kriege die Krise, ey. Ich kann gerade nichts bauen, ich brauche gerade ein bisschen Kohle. Scheiße. Absolut schlecht gewirtschaftet. Mann! Das nervt mich ganz schön, muss ich sagen. Habt ihr mal die Kampagne gespielt? Kommt ihr da besser zurecht oder mache ich was grundlegend verkehrt? Ach ne, jetzt stehen die hier wieder. Ich könnte kotzen. Kann ich nochmal Geld bekommen? Nein. Oh, wir haben schon neuneinhalb Millionen Darlehen. Ich dachte halt, der wartet da hinten, wenn der Zug hier ankommt. Dass der einfach hier hinten wartet und nicht, wenn sie sich gegenüberstehen. Wenn ich jetzt Geld hätte, könnte ich hier außenrum noch was bauen. Ein Gleis, aber ich habe keine Kohle mehr. Scheiße. Fuck. Okay, das hat sich jetzt erledigt hier. Mist. Alles steht still. Nichts geht mehr. Alles kostet bloß noch Geld. Da ist auch noch keiner angekommen. Toll. Scheiße. Total verbaut hier. Ich glaube, ich probiere die Mission in einer ruhigen Minute nochmal für mich selbst ohne Aufnahme, dass ich da nochmal ganz genau vorgehe. Und vielleicht springen wir dann jetzt zum Ende. Ich denke mal, das ist das letzte hier, diese 100 Maschinen. Springen wir dann vielleicht nochmal rein. Ja, das war es dann leider für heute. Sehr, sehr unerfolgreich. Die Folge unglaublich schlecht gewirtschaftet meinerseits. Ja, trotzdem danke und haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao.